Sarah! Mia! Mia? Nein, deine Mutter! Es tut mir so leid. Ich bin froh, dass du es bist. Was sollte das? Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Sei ehrlich. Okay, vielleicht geht's mir doch nicht so gut. Ich weiß, was du denkst. Ach ja? Du denkst, dass ich dumm bin? Ich würde es eher verrückt nennen. Du wirst es sicher meiner Mama erzählen, oder? Was? Ich? Nein. Aber ich denke, du solltest es. Was? Wer von uns beiden ist denn die Verrückte? Wieso sollte ich das tun? Na, weil, wenn du es nicht tust, deine Mutter noch mehr Gründe haben wird, dir nicht zu vertrauen. Du verstehst es nicht, Mia. Pippi nutzt alles, was ich habe. Ich denke nicht, dass das stimmt. Um ehrlich zu sein. Wenn ich du wäre, hätte ich wohl dasselbe getan. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Aber weil ich nicht du bin, weiß ich auch, dass weglaufen keine Lösung ist. Meine Mutter wird so wahnsinnig wütend auf mich sein. Na, komm. Gehen wir zurück. Kannst du denn gehen? Ja, langsam. Vielleicht. Okay, dann müssen wir reiten. Wirklich? Du zeigst Pippi nur den Weg und ich sage dir, wenn du dich ducken musst. Klingt wie eine gute Idee. Duck dich! War das ein Test? Woher wusstest du's? Ich merke doch, dass wir in der Sonne sind. Hier können keine Äste runterhängen. Hey, man weiß nie. Ja, man weiß nie.